Wir senden mich an die White City Mission, da gab es auch diese komische Telefon. Oh, da kennen wir uns ja aus. Waffen und Westen, okay, das ist cool. Und los geht's. Taxi, Taxi, mal gucken, nein. Ah, das war jetzt ein bisschen hart, Nico, also, das war nicht nötig. Nein, Moment, ich wollte das Taxi, nein, 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 nein. So. Haben wir das auch erledigt? Kann ich eigentlich direkt zu den Zielpersonen fahren? Das wäre ja schon heavy irgendwie. Natürlich, ab zu Zielpersonen. Wir fahren wahrscheinlich direkt ran, oder was? Genau. Können wir? Alter, was soll das? Fahrt mich nicht an, du Spass. Voll, Idiote. Können wir hier rüber? Können wir hier rüber? Nein, können wir nicht. Was ist denn das für ein behindert... Also, mal ehrlich. Das Auto sieht geil aus, das will ich haben. Um die Wand einzurahmen. Danke. Okay. So, wo seid ihr, Mother Duckers? Nico Berlick has come to play. Ich sollte diese Leiter hier hochgehen. Vielleicht sind sie hier. Okay. Das war ein Versuch wert. Worth the try. Ich kann es... Ich bin immer zu blöd, das auszusprechen. Worth the try. So, jetzt. Dankeschön. Wo seid ihr? Kann ich hier rein? Nö. Muss ich irgendwo hoch? Oder was wollt ihr eigentlich? Hier ist ein schöner Koffer. Den ich sogar brauchte. Ach, Wahnsinn. So, das sieht aus, als müsste ich da hoch. Ich bin Sherlock Holmes. Ich kombiniere wie Sherlock Holmes, ey. Ich sehe eine Leiter und merke, ich muss da hoch. Genau, Nico. Merkst du selber, ne? Alter, wie komme ich da hoch? Das gibt es ja nicht. Ich muss bitte jetzt keinen Rohrlauf machen. Nico ist viel zu dämlich. Ich bin nicht dafür. Die Steuerung ist viel zu schlecht, ganz ehrlich gesagt, um hier einen Rohrlauf zu machen. Ja, aber gut. Wenn ihr wollt, bitte. Bringt zwar nichts, aber egal. Ich habe nicht gesagt, du sollst in die andere Richtung springen. Nö, nö. Nö, also ich war das nicht. So, vielleicht soll ich ja da hoch. Ich finde es ein bisschen scheiße, dass man nicht einfach mal ausschildert, wo ich lang muss. Wäre jetzt nicht so schwer, oder was? Sind das eigentlich... Ich dachte schon, das sind einfach nur so Rohre. Aber das sind schon Treppen. Alles gut, alles gut. Gut, wir sind auf der Höhe von einem. Viel weiter komme ich jetzt aber auch nicht. Gewinne ich dir irgendwie? Nee, nichts passiert. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ich komme hier aber auch nirgends hin, nö. Also es ist irgendwie... Na wohl. Aber wenn ich jetzt hier runterfalle, bin ich tot. So viel ist mal sicher. Dann lasse ich das lieber. Aber... Wie soll ich denn da hochkommen? Ey, hier lohne ich ja nicht gedacht, dass sich die hier diese Frage gerade stellt. Ja, schon klar. Spass. Oh, Nico ist am Pumpeln. Hallo, ist doch nur ein bisschen... Also, komm schon. Ach so, hier ist eine Leiter. Was für ein Abpack. So, eins, zwei, drei. Da kommen die Nächsten. Ja, kommt doch her, Pisser, oder was? Genau, jetzt sind wir richtig angepisst. Die kranke Bitch, ey. Angepisst, kranke Bitch, schnell, merkst du? Mir soll doch bitte einer sagen, dass ich hier hinten hoch muss. Es war doch... Es wäre doch gar nicht mal so schwer. Kommunikation ist ganz wichtig, ja? Und es darf es auch mal unter Gangstern oder unter Gangster und Spiel geben. Scheiße, ich wollte, dass er übers Gitter fällt. Mist. Challenge, äh, lost. Oder so. Wahrscheinlich ist es, ob dieses ganze Gebäude hier an einfach die Luft fliegt. Wäre, wäre so gesehen eigentlich witzig. Wenn irgendjemand so ein Öl-Ding trifft und dann bam, boom, Ende. Ist der tot? Ja, der ist tot. Ach, du bist es! Ah! Ich konnte ihn wirklich zerschießen, geil. Kann ich das nochmal machen? This girl is on fire. Wie geil ist das denn? Können wir ja... Das wäre, das wäre Ultimative. Oh, können wir nicht. Schade. Ich dachte, er rastet dann auch ein bisschen aus, aber nein. Globe Oil. Na Gott, dann machen wir uns auf zurück. Eigentlich können wir sterben. So gesehen wäre es doch eine tolle Gelegenheit, um richtig auf die Fresse zu fallen. Wuhuuu. Okay, nein. Wuhuuu. Danke. Wir gehen in das Licht. Das war der Jazz-Song des Todes. Kein Applaus mehr, danke. Okay. Ouch. Nein, alles normal. Entspann mal. Geh mal wieder rein. Steig bitte ein. Drei. Zwei. Eins. Danke. Bernie Crane. Das sah dringend aus. Also machen wir erst mal das andere. Nein, Quatsch. Kann ich bitte nochmal kurz mein Handy? Ich würde gerne... Gut. Das Handy bedient, ohne es in der Hand zu haben. Das ist auch rekordverdächtig. Waren wir hier nicht schon mal? Waren wir hier nicht mal mit Mr. Raskolov? Ich weiß es nicht mehr. Hmm. Naja, mal gucken. Wir werden es hier sehen. Ach, leck mich. Dimitri fucking asshole. Stop blackmailing my friends, Dimitri. You do not want to anger me more. Persuade them to give up the contracts. We can work together. I will cut you in, Nico. Let's be friends. Oh, wie, also man muss auch mal Versöhnung brauchen dürfen, ja? Also, Buais, Ahoi! I love without cheekbones. I'm thinking of getting implants. But you sounded hysterical! Oh, sometimes I can't bear to be alone. I'm so glad you've come back into my life, even if you did try to kill me. I'm so excited! What are we doing here? We're going to have fun! Fun? Yes! It's a four-letter word, I know, but we can still try. Look, more people want to be dead than alive. I'm working for the Mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. What is fun? Honey, you are stressed. Goodbye, Florian. No, 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 you don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. Oh, actually, maybe it does all make sense. You understand me? Both of me! Come on, Bryce accidentally let the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan. My midriff is really pale. All right, let's have fun. I don't know how else I can help you. Look how long it took me to find you. I know, sweetie. Let's forget about him and have some F.U.N. Wow, I have fun. Flugzeug muss abschießen, I don't get that high. So, Mr. Crane, what the mother ducking duck? Wer, wer, du, du, du verarschst mich doch. Jetzt taucht bestimmt Dimitri auf und will uns ficken. Also, dir macht das nix aus, aber mir, naja, mir schon. Ich bin nicht so, ne? You understand? Oh, scheiße, das Ding dreckig. Ahoy, Sailor! Cute guys off the starport brow! Ähm... Scratch that! Not so cute! Oh, wow. Das war so klar. Ach, ich kann meine Waffe nicht wechseln, scheiße. Also Bootsmission habe ich ja schon immer geliebt. Ich bin auch immer ein ganz starker Verwächter dieser Bootsmission, weil ich da auch richtig gut drin bin. This was meant to be our fun day, Nico! Why does everything, that's meant to be fun, have to be so miserable? I don't know. We just got to get these guys and don't just come back. I told you that there was no time for this. People are after me, and I have to stay alert. You, Bernie, are in this too. You have to keep your eyes open. They're wide open, sweetie. I'm focused. 100%. Let's get em! Warum, sagt er, schnappen wir sie uns, obwohl ich die ganze Arbeit mache? Okay, ich meine, ohne ihn hätte ich den Feldstecher nicht. Und gesehen, was die vorhaben. Aber es geht ums Prinzip. These mother ducking bastards. Ich hätte hier gar nicht rumfahren müssen. Ach, so'n Dreck. So, danke. Alter, wo fahren die lang? Was für Wichser. Ach, mal ehrlich. So'n Dreck. Ich krieg' euch. Dich krieg' ich. Dich krieg' ich. Dich krieg' ich. Dich krieg' ich. Ich steuere so viel angenehmer auf der PS3 als auf der... Nein! 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 Scheiße! Dreck! 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 Mist! 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 Aber gut, jetzt weiß ich wenigstens, was abgeht. Und kann mich darauf einstellen. Ach so, ein Scheißdreck! Ich hab' die ganze Zeit schon befürchtet, dass ich irgendwo umkipp' und auf die Fresse krieg'. Warum musste sich das bewahrheiten, ey? So, Handy ist natürlich wasserfest, genau. Du hast Bitch gesagt? Lol! Willst du noch ein Musikal gehen? Es gibt einige gute Dinge, die auf Berleska spielen. Musikalen sind nicht wirklich mein Ding, Bernie. Du solltest mit Price gehen. Price wird niemals mit mir sehen. Leute werden Fragen stellen. Ich habe mich all den Stress, um einen Mann zu haben. Aber keine Perken. Das ist meine Tragedie. Das ist eigentlich fies. Du musst jede Mission mehrmals spielen, dass du alle Dialoge mitkriegst. Not exactly good level design, aber gut. Soll mich mal gar nicht stören. Ich krieg ja alles mit, ich krieg sowieso überall auf die Fresse. So richtig gut wenden kann man damit aber auch nicht. Ja, ja, gut. Kennen wir schon. Und los geht's. Let's go! Ich hatte schon die Hoffnung, dass ich sie auf Nummer 1 krieg. Also auf Versuch 1 hier. Oh, nicht mehr dieses Hasser-Ding, ey. Oh, nicht mehr dieses Hasser-Ding, ey. San Fierro! So, diesmal weiß ich, wo lang geht jetzt. Ist es auch nicht so schwer, ihn zu verfolgen. Und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich den kriegen kann. So, diesmal lass ich mich nicht verarschen von dir, Junge. Ich lass mich nicht verarschen von dir. Jetzt kommst hier rum, genau, und los. Du fliegst da rüber, das ist mir aber egal. Vollidiot, hat ihn halt nur übertrieben Geschwindigkeit gekostet. Ach, schade, ich dachte, ich kann dann ranzoomen mit Mausrad oder so. Mist. Na gut. Ey, wie viel Kugeln muss ich euch noch in euren scheiß Kopf jagen, dass ihr endlich die Fresse haltet? Das ist ja phänomenal. Ja, das war, das passt schon so. Ich glaube, ich kann ihn nicht abknallen, ich versuch's auch gar nicht, yes. Und ich verfolg's da einfach mal weiter. Bis dann. Bis dann.